Und das finde ich, dass die Harabe sehr gut beleuchtet, ein ganz komplexes Fadenspiel in dem sich ja Persönlichkeit oder Denken strukturieren kann. Donna Haraway arbeitet mit diesen indigenen Frauen jetzt wieder zusammen, neben dem, dass sie für den Unruhigbleiben schreibt und hat es fertiggebracht, deren Stimme mit, zum Beispiel nach Wien zu bringen. Und man selbst hatte sich so allein gefühlt mit der Stricknagel und dem Blut, das auf das Laken spritzte. Die Namen aller 343 Frauen, die im Novell-Observateur erklärten, abgetrieben zu haben. Die Namen aller 343 Frauen und die Hara. And don't forget to lose the anchor when the sea is getting rough. The energy longs for a throne in Wichtons, Sailing off to the evermore, Sailing off to the evermore. Und finally, there is no answer. Exotence is going to be great. And in the end, we're ready to remember. And we're ready to remember. And we're ready to remember. And in the end, we're ready to remember. And we're ready to remember. Where we live for never more.